Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Runde auf dem Kansas DLC hier im ATS. Bevor wir starten, wir fahren nämlich heute genau nach Kansas mit dem Cascadia. Bevor wir los starten, sind wir hier ein bisschen nördlich, rechts von Vichita und klingt immer wie Chiquita die Banane. Und wir gucken uns hier schnell natürlich das Video dazu an. Und dann geht es auch schon weiter. El Dorado. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Butler Countryline Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, jetzt hier mal über den Highway oder Freeway zu heizen, sondern hier einfach über den Highway zu heizen. So rum, nicht über die Freeway, sondern über den Highway. Auf das haben wir jetzt hier mal voll Bock. Schauen wir, was wir hier alles noch sehen. Guck mal hier, fliege ich schon. FC Hotty. Was haben wir da noch? Was macht der? Einfach fliegen, ne? Es gibt da die Flugzeuge, die dann hier so das ganze Zeug versprüht. Diese, was sagt man da hier, dieses Unkrautvernichter gedöhnt und so, ne? Das sind ja solche Flieger hier. Aber der fliegt bloß just for fun, meine ich. Weil da wird ja sehr viel Kittier hier draußen, Pferde, Kühe. Guck das mal an, Alter, was für eine Prärie, hä? Wahnsinn. So viel Ländliches. Ist ja fast so wie im Hohen Nord bei uns. Oder? War, ne? Unwort? Jaja, Rüttelstreifen. Rüttelstreifen in der Mitte. Ich werde auf alle Fälle, ich muss jetzt, nicht erinnern, ich muss immer aufpassen, dass wir diese Hidden Roads nicht vergessen, die wir nach und nach hier uns natürlich anschauen. die hier überall versteckt sind. Wie gesagt, einer haben wir gefunden, die war wirklich nicht einfach, weil ja da auch noch so ein Kamerasymbol mit drin war. Könnte man gar nicht so erahnen, dass da was ist. Aber gut gemacht. Jetzt kommt gleich die Kreuzung und da kommt anscheinend noch mal ein Parkplatz, Rastplatz, whatever was ist, muss man es gleich mal schauen. Hier zum Beispiel ist es auch offen, habt ihr gesehen hier? So, jetzt 55, ein bisschen runterbremsen, das Ganze hier. Trades Center. So nennt sich das hier das Ganze. Hier noch nicht, aber doch, was rauskommt. Ui, und einmal rum, ja. Typisches Motel. Hier die Gegend einfach sehr ruhig. Danke. Schlafplatz hier auf der Gießgedöns hier. Da nochmal, danke. Haben sie mal wieder richtig gut gemacht. Da gibt es die Jungs von SDS, ne? Die haben da schon das Händchen dafür, ne? Es ist auf die Details zu achten. Das ist ja das immer das Wichtige an dieser ganzen Geschichte. Auf die Details kommt es drauf an. Auf nichts anderes. Das ist immer so ein bisschen das Wichtige, finde ich. So, Straße bauen, ein paar Häuser und so ein Zeug, ja klar. Aber auch dann alles, was so ringsherum ist, hier nochmal, ne? Jetzt kommt jetzt mal eine Baustelle. Wie zum Beispiel, ja. Kommst doch echt vor, weil es wird im Huhn nur ein bisschen. Jetzt kannst du, weil die Wiesen da hinten kommen, die, äh, die Windräder hier. Da haben wir da nochmal einen Traktor. Wir befinden uns gerade in Schleswig-Holstein. Ne, in, 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 in Meckpomm. Ne, Meckpomm. Müssen wir aber erst noch warten. Die Ampel ist rot. Wir müssen warten im Garten. Wir müssen, es wird noch eins fertig sein, Wir müssen, es wird wieder aufhören, also wird jeder, dann lift BACK innen. Also haben wir da Ärger und Bajkapp, das könnte weiter unten, wenn die Windräder hierán etwas wichtiger ist. so dann geht es weiter hier kaputtes verrostetes auto fast links abgekommen und dann geht es ja mal dass es ländliche hat auf alle fälle was ist ganz was anderes hier was denkt er so der winkte polizist warum werden wir nicht herausfinden wir winken mal zurück freut er sich bestimmt sonst kommen wir vorne gleich wieder in irgendeine ortschaft gucken sieht fast nach wird auch riesenloser rastplatz sein mit werkstatt tankstelle schlafen alles was dazugehört wir gucken jetzt einfach mal ich gucke mich dann mal gern um hier und dann irgendwann über sie ist mal dann macht es puff jetzt schauen wir was jetzt hier kommt das ist jetzt auch noch mal richtig groß da müssen wir nämlich rechts weg aber das scheint danach nach dem rastplatz aus und ganz großer das ist sicherlich andere kameraperspektive machen ganz groß also das haben sie wirklich drauf bei die amis da gibt es 1 bürger anderes gedülts waage tankstelle xxl bürger essen und dann geht es hier rechts jetzt rauf richtung autobahn oder highway fliebe so viel und drauf hier jetzt mal erst mal hier mit vollgas voll gas so steht hier state law keep right bei den amis ist ja glaube ich generell die haben ja dieses typische rechtsfahrgebot haben die gar nicht so was ich weiß habe ich mir mal sagen lassen das heißt wenn du jetzt hier ein fliege hast mit vier spuren oder oder was auch immer und fest in der mitte dann darfst du rechts und links glaube ich darfst du überholen ohne dass du ärger kriegst und so ist es doch oder was ihr dürft ihr gerne dann anders kommentieren wenn ihr das wisst aber es gibt kein recht rechts fahrgebot das gibt zwar in den staaten irgendwie nicht das finde ich ganz interessant und spannend würde bei uns gar nicht gehen weil jeder irgendwie dann würden sie alle ausflippen auch hier wieder ein riesengroßer rastplatz oder parkplatz schlafplatz da an der seite genauso schaut schon gut aus hier weil dies kitschen die acht dieses garten 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 gedöns wenn sie so garten sachen kaufen sowie eine schaufel schaufel und anderes gedöns die haben werbung hier stehen fresh vegetables früchte nüsse und anderes zweck sowie müssen wir rauf dann schauen wir mal haben sie so da geht das sind wieder so andere dinge hier ne so das sind wir hier vorfahrt gewähren da kommst du durcheinander hier denkst du bist ein geisterfahrer dabei ist das hier alles so richtig hier lang und dann musst du wieder hier lang alles ein bisschen über kreuz das ganze ne alter verwalter so ziemlich gleich da da sieht man schon das sind mal kreuzungen hier ne da kommt man sich ein bisschen also für teile habe ich haben wieso das sind raus jetzt retarde da kommt man erstmal bisschen so durcheinander wenn man da die auffahrt hochfährt und denkt sich aber das passt eigentlich so weit muss man retarde noch mal einstellen so wir müssen jetzt erstmal links auf die linke spur oh nein schaden hätte er noch mal bremsen können ich habe da hat er hat schon gepiepst das ganze ich hätte auf der zweite spur bleiben können oh mann ging voll in die hose aber er pfeift schon ne das ist schon eine geile technik dann weißt du wenigstens halt stopp lass mich vorbei mensch ich darf doch rechts waren bei den amis darfst du ja wenn es rot ist darfst du trotzdem rechts abbiegen das ist bei denen so ein ist wie wenn man hier einen grünen pfeil hätte aber das kann ich natürlich nicht weg ne weil der ochse hier steht so ein scheiß mit der scheiße wobei das ampelverhalten hier in den staaten auch ein bisschen anders ist wie bei uns das gefühl dort sollen wir hier rein jetzt schauen wo wir hin müssen jetzt hier ist grün heißt freifahrt wir müssen jetzt hier rein überhaupt langsam fahren langsam fahren schön langsam fahren ich kenne das gar nicht hier was ist denn das jetzt hier was ist das so ein ding ne 10 km h schön langsam durchfahren viel habe ich nicht dabei in meinen Rohrleitungen hier so dann kommen jetzt erstmal die schranken stopp wait wait tralalala hast du nicht gesehen na ist egal dann haben wir jetzt hier die schranken fremseln da haben wir mal sicherheitsüberprüfung aber ein Röhrchen brauchen wir nicht viel überprüfen außer dass ein Rohr ist ja retarder schau mal hier ein bisschen dahin Kargatnestall Office schaut gut aus ah da müssen wir hin guck mal wie die rumfahren das sieht voll geil aus hier wie so dann müssen wir auf der fälle dahin auf unser Symbol und dann bremsen dann schauen wir mal hier schack bestätigen da müssen wir und das ist jetzt nicht schwer ja und dann stellen wir uns jetzt hier schön die Pflicht hin so schön langsam auf die Fläche und dann haben wir es eigentlich schon geschafft meine Damen meine Herren also wieder weitere Runde hier im ähm heute ist nämlich in Kansas jetzt laden wir schnell ab und dann gucken wir uns natürlich noch Kansas an das ist ja natürlich jetzt hier ganz wichtig dass wir uns das noch anschauen Weltkarte wir stehen jetzt hier hier und das ist Kansas das ist hier dann hier oben nochmal da gibt es auch nochmal ähm hier das wird sich schon komplett eigentlich über die Grenze hinweg da bin ich mal gespannt ob hier eigentlich irgendwas kommt weil wir sind ja hier über Kansas eigentlich schon raus und normalerweise ist doch hier Missouri oder so dann sind wir doch noch hier irgendwie raus irgendwie komplett ne da bin ich mal gespannt ob da irgendwas da steht aber wir gucken uns das jetzt mal noch an mit dem dass wir mit der Flycam da mal schnell rüber fliegen die Richtung nur dass wir es mal gesehen haben aber das sieht hier ganz schnicker aus so also wir fliegen mal hier rüber einmal querfeld ein so einmal da lang das ist die 635er Highway Freeway Interstate wie auch immer das haben wir immer noch nicht ganz geklärt so eine coole Definitionsfrage hier dann schauen wir uns das mal an hier also riesengroßer ähm ähm äh Zuchtdingsbums hier sagt man da ja so naja wischt was ich meine dann haben wir da Tanke das ist wieder ein Abfall die aber einfach eine Tankstelle ist rechts und auf deiner Seite genauso also an Parkplätzen mangelt es hier nicht hier hinten haben wir noch die Möglichkeit hier noch Ware abzuholen bei Johnson & Smith gibt es ja schon länger dann geht es hier weiter indem das wir dann jetzt gucken wir schnell auf die Karte wir fliegen jetzt hier mal weiter Alter was für ein Ding hier ne sie fliegt hier eine Leiter sieht süß aus also besser hier sprühen können oder was dann geht es hier voll weiter wir fliegen hier einfach mal komplett durch also ich habe das Gefühl von Kansas von der Stadt an sich sieht man gar nicht so viel wenn ich jetzt hier Autobahn lang fahre dann kriegst du eigentlich hier gar nichts mit ne jetzt haben wir hier jetzt haben wir hier Nord Sunshine Red das ist hier dann haben wir hier wieder Industrie dann haben wir jetzt passt auf jetzt sind wir wieder in Kansas also das ganze die Seite ist ja alles alles ein bisschen Industrie ne Lkw wieder hernehmen check weil Autobahnfahrt die ist jetzt eher da uninteressant das ganze dann können wir uns jetzt nochmal kurz anschauen da haben wir jetzt hier die nette Dame die schimpft schon wieder hier wie so ein Rohrspatz und dann haben wir jetzt hier Heißluft blub 18 Wheels Garage Stimmt da hinten ist eine 18 Wheels Garage da fahren wir jetzt mal schnell hin pass mal auf das zeige ich dir jetzt mal hier dazu kommt keiner blub blub genau die 18 Wheels Garage ist da hinten 18 Wheels of Steel Howlin wer es noch kennt da ist die 18 Wheels voll cool dass er irgendwie auf den Namen gekommen sind ne ich finde ich gar nicht so schlecht so dann geht es nämlich hier rein Garage da steht es nämlich guck mal an hier guck und da kannst du auch theoretisch Fracht holen hier sieht man es eigentlich ganz gut ne guck mal uns das Gelände mal kurz an finde ich das auch cool hier eigentlich ne gut hier ist nichts zu machen ne da wären dann hier Sachen zum abholen hier Motorhauben und so Zeug finde ich richtig richtig cool man könnte hier eigentlich auch noch eine Art Werkstatt mit reinbauen wäre eigentlich ganz cool gewesen hier ne weil es ist ja so Garage und so ne wir bauen sie und reparieren sie aber das gehört wahrscheinlich einfach zu dir immer mit hinzu aber mir gefällt es so hier vorne haben wir noch dass man Kenses noch ein bisschen näher kennenlernen haben wir hier natürlich dann nochmal ein Video dazu und dann bitte diese Verrückte d. Untertitelung des ZDF, 2020 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 da. Ach hier bestimmt, ne? Hier kannst du bestimmt so ein Foto machen, oder? Machen wir, ich probiere mal. Schön, es wird aufgenommen. Ah, sieht echt geil aus. Also das ist schon mal, also das Kansas ist ja schon mal ein Highlight. Wenn du hier entlang dümpelst mit deinem Nubelhubel, sieht das richtig cool aus. Vor allen Dingen, wenn du von der Seite kommst, sieht es nochmal einen Ticken besser aus, weil du hier ein bisschen höher fährst. Dann hast du hier die komplette Skyline von Kansas. Richtig geil gemacht hier, ne? Auch dieses Gebäude hier, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich kenne mich da nicht aus, aber sieht cool aus. Sieht auch nichts da, ne? Ne. Mega, mega cool. Meine Damen und Herren, Kansas richtig stark, richtig geiles DLC. Guckt euch an. Coole Sache, oder? Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren. Wie immer ansonsten Daumen da lassen, Abo vom Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und denkt dran, am 30. ist es dann soweit, ne? Kansas DLC. In diesem Sinn, Knettofeilfahrt. Macht's gut, bis bald und adios. Untertitelung. BR 2018